Es folgt wieder eine ausufernde, redefreudige Beschreibung von festes Glück und Minnedienst, von üppigen Denieren und Lachen und Heiterkeit in der Zeltstadt. Im Mittelpunkt, hochgeehrt von Arthus und den Seinen, der exotische Held. Und natürlich ist er mit allen verwandt, wie das in den hochadeligen Schichten so ist. Und im Mittelpunkt neben ihm, mit ihm, Parzival, im Mittelpunkt mit ihm, neben ihnen, Gavan. Und Kampfspiele werden vorgeführt und in Damen wird gehuldigt. Damen, die übrigens, wie interessanterweise vermerkt wird, nicht zugelassen sind ohne männliche Begleitung. Wir setzen wieder ein bei 779, 17. Da reitet in diesen festes Kreis, kostbar gekleidet, aber verhüllten Antlitzes, eine Dame ein. Dann hat sie sich dahin gewandt, wo sie Parzival im Kreise fand, in König Arthus' Nähe. Sie schwang im Sprung sich jähe von dem Pferde auf das Gras. Mit Anstand, wie sie ihn besaß, fiel sie vor ihm auf die Knie und ganzen Tränen flehte sie, dass er ihr schenke, Hult und Gruß und ihr Verzeihe ohne Kuss. Arthus und Feirefies drängten ihn sehr, dass er es erwies. Die würdige, nicht die schöne, blieb da nicht länger knien mehr. Sie neigte sich und dankte sehr, dass man ihr Vergehen von damals übersehen. Sie zog mit den Händen an den dichten Kopfgebänden, sei es Haube oder Rüschenbund, das warf sie vor sich auf den Grund. Da merkte man, es wäre Kondrie la Sorciere und des Grals Wappen, das sie trug. Man saß und war erstaunt genug. Auch war ihr Angesicht und Leib so, wie damals Mann oder Weib sie sah zu Plimizöl kommen. Ihr Antlitz, ihr habt's vernommen. Wolfram, die Augen hatten denselben Schein, gelb wie ein Topazstein, die Zähne lang, der Mund genau wie ein Pfeilchen tief, blau. Wäre er ihr nicht zum Prunkengut, sie trüge umsonst den teuren Hut, wie am Plimizöl-Strand, der eine schützende Krempe hat, gegen die Sonnenstrahlen schützend nämlich. Aber jetzt, Wolfram, die Sonne hätte sie nicht verbrannt. Ihr Gesicht war vor der Gefahr geschützt durch schwarzes, dickes Haar. Sie stand nun stille und begann. Man hörte gute Botschaft an. Zu derselben Stunde sprach sie mit frohem Munde, »O heil dir, Gachmuretes Kind! Gott ist gnädig, dir gesinnt ich meine, den Herze Leude trug!« Feire fies! »Auch dich mit Fug grüße ich dich, bunten Mann, denn Sekundille gehörte ich an!« Sekundille hat einst sie dem Artus geschenkt. »Denn Sekundille gehörte ich an, und ich preise in dir das Rittertum, das von Kind an strebte nach edelm Ruhm!« Zu Parzival sprach sie dann so, »Sei gefasst und sei auch froh!« Das ist ein wichtiges Wort. »Sei«, schlecht übersetzt von Moor, »Sei rein und doch der Welt heiter zugewandt!« Ich lese das eben noch einmal mittelhochdeutsch, »Nu vis küsch und da bi froh!« Ich denke, »Küsch« kann man nicht mit »gefasst« übersetzen, also sei rein und doch froh!« Das heißt, auch der Lust dieser Welt zugewandt bei aller Küche, bei aller Reinheit. »Beglückt vom höchsten Lohne, der Menschenheil und Krone!« Das Epitaphium ist erschienen, »Du sollst als Herr dem Grale dienen!« Kondviramur, die Königin, und dein Sohn Loheran Grin sind beide auch dahin ernannt. Seit du zogst aus Brobarz dem Land, also Kondviramurs Reich, hat sie zwei Söhne zur Welt gebracht. Kardais bleibt und hält die Macht. »Träfest du anderes Heil nicht dort, als daß dein ehrliches Wort dem Edeln und dem Schönen heilkräftig wird ertönen?« Sie umschreibt also die Erlösungsfrage, die er am Vortrags stellen wird. Aber der Gral hat ja schon entschieden. Also kann man sagen, diese Frage wird nur noch eine Art von Formsache sein. »Träfest du anderes Heil nicht dort, als daß dein ehrliches Wort dem Edeln und dem Schönen heilkräftig wird ertönen, denn König Amphortas befreit deines Mundes Frage. Sie verleiht, daß der tiefe Jammer weicht. Wo ist ein Heil, das deinem gleicht?« Sieben Sterne sie nun nannte, heidnisch. Den Sinn erkannte der Heide nur in diesem Kreis, der vor ihr saß, schwarz und weiß. Sie kommen ja beide aus derselben Gegend, nicht wahr? Sekundille, die Königin, die die Herren auch des Feirefies bisher war, hat sie, Kondrie, ja an den Arthushof geschenkt. Sie sprach, und nun folgen die Namen der sieben Planeten, wie Ptolemäus sie aufzählt, der sieben Planeten in arabischer Sprache, heidnischer Sprache eben. Sie sprach, »Nun höre, Pachzival, der höchste der Planeten Zwal und der schnelle Almustri, Almarit und der helle Samsi verkündigen das Heil von dir. Der fünfte heißt Aligafir, darunter der sechste Alkitar und uns der nächste Alkamer.« Ich rede nicht aus wirrem Traum. Sie sind des Firmamentes Zaum. Sie fangen seinen Schwung auf und widerstreiten seinem Lauf. Leid bleibt zurück als Weise. Sorge ist dienhalbweise, also es gibt keine Sorge mehr. Was der Planetenreise umläuft und ihr Strahle eilte, das ist das dir Zugeteilte zu erreichen und zu erwerben. Dein Trauern wird verderben. Nur maßloses Begehren wird dir Gemeinschaft wehren. Der Gral und des Grales Kraft verbietet sündige Eigenschaft. Falschlichgesellschaft heißt es im Urtext, also eine sündige Gemeinschaft, eine falsche Gemeinschaft. »Früh hast du Leid in dir genährt, das nahendes Glück dir jetzt verwehrt. Du hast der Seele Frieden errungen und des Lebens Glück durch Leid erzwungen.« Ich denke, hier wird es wieder mal richtig sein, einige mittelhochdeutsche Verse zu zitieren. Ein Schlüsselwort ist ja, was der Planetenreise umläuft und dir Strahle ereilte, das ist das dir Zugeteilte. Das heißt ja in unserer schlichten Sprache, die ganze Welt, die Erde ist dir zugeteilt worden. »S was der Planetenreise umbelauft und dir schien bedeckt, des sind Dirzelgestecke zu reichen und zu erwerben.« Und dann die mächtigen Verse, mit denen 782 endet. »Du hast der Seele Ruhr verstritten und des Liebesfreud in Sorg erbitten.« Da haben wir wieder diesen Gegensatz, das Transzendierende, nämlich die Seele, und das Weltimmanente, nämlich des Liebesfreude. Bei Moor heißt das, »Du hast der Seele Frieden errungen und des Lebens Glück durch Leid erzwungen.« 783, 1 Parzivals Seligkeit war groß. Aus seinem Aug vor Freude floss Flut aus des Herzens Quellgrund. Dann sprach er, »Frau, was euer Mund mir kündete und nannte, wenn Gott mich anerkannte, dass ich, an denen sich Sünde schlug, mein Weib, die Kinder, die sie trug, wir alle teilhaben daran, so hat Gott wohl an mir getan. Was ich entbehrt, habt ihr ersetzt. So gütig zeigtet ihr euch jetzt. Doch hätte mich nicht Schuld beschwert, ihr hättet mich damals nicht so entehrt. Da war für mein Heil noch nicht Zeit. Erinnert also an die öffentliche Verfluchung vor der höchsten irdischen Instanz, vor dem Arthushof. Jetzt schenktet ihr mir Seligkeit, und meine tiefe Trauer schwand. Von Wahrheit zeugt mir euer Gewand. Als ich in Mont Salvage saß, bei dem Leidenden Amphortas, sah ich dasselbe Wappenbild wie an eurem Kleid auf jedem Schild. Viele Turteltauben sitzen daran. Herren, nun sagt, wie oder wann ich reisen darf zu meinem Glück und haltet mich nicht mehr zurück. Da sprach sie, lieber Herr allein, ein Mann soll dein Gefährte sein. Ihn wähle. Ich geb euch Geleit. Komm schnell und hilf zur rechten Zeit. Hilf dem Amphortas noch zur rechten Zeit. Sie hattens ringsum vernommen. »Condrie, lass Orcières kommen«, und was die Botschaft meinte. Orgeluse vor Freude weinte, daß nach Pachzivalds Frage an Fortas Schmerzensklage als bald verstummen sollte. Die Orgeluse Gawans. Arthus, der Würdevolle, sprach Kondrie mit Züchten an. »Dame, kommt zu den Zelten dann. Wie man euch pflegt, bestimmt nur ihr.« Sie sprach, »ist Arnife hier?« Sie erkundigt sich also nach der Mutter des Arthus, der Großmutter Gawans. Und sie weiß nicht, daß Gawan in seinem Chastell-Marée-Abenteuer sie inzwischen befreit hat. »Ist Arnife hier?« »Wenn sie Obdach mir gibt, bleib ich bei ihr, wie sie beliebt, bis sich mein Herr entschließt zur Fahrt.« »Mein Herr«, sagt sie, denn sie gehört ja auch zum Kral, als Kraltsbotin gehört zum Gefolge des Kralts. Also ist Pachzival, der künftige Kraltskönig, ihr Herr. »Wenn sie, Arnife, wenn sie der Banden ledig ward, so erlaubt mir sie zu schauen und die Schar der Frauen, die für so manches Jahr bei Klingenschein, dem bösen Zauberer, in Banden war, auf Chastell-Marée nämlich. Zwei Ritter hoben sie auf ihr Pferd, zu Arnife ritt die Jungfrau Wert. Es war nun Zeit, man schloß das Mahl. Bei seinem Bruder saß Pachzival. Ihn bat er um sein Geleit. Feirefis war gern bereit, nach Montsalvage zu reiten. Rings auf allen Seiten brach man jetzt auf und trennte sich. Wir stehen am Ende des 15. Buches des Pachzival-Epos und wir haben erlebt, wie in die strahlende Festesfreudigkeit um Arthus wieder jene pittoreske Figur einreitet, die als Kraltsbotin dienst tut, nämlich Kondril. Aber diesmal anders als damals, als sie Pachzival verfluchte. Diesmal nicht wie ein Frosthauch, der sich lähmend auf alles legt, sondern im Gegenteil erhebend und erhabend ist ihre Botschaft. Sie verkündet, dass das Epitaphium gelesen sei, das heißt die Inschrift am Gralsstein. Und dieses Epitaphium, das will, dass Pachzival berufen werde als Gralskönig und mit ihm seine Frau Kondvira Moos. Sie nehmen also nun Abschied und machen sich auf den Weg zum Gral, aber da meldet sich noch einmal Feirefis, der gefleckte Halbbruder des Pachzival. Und wir wissen ja, er ist ein Mann der großen Worte, der großen Taten, auch der großen Gästen. Und nun werden wir eine seiner großen Gästen erleben. Feirefis spricht, 785, 5. Und tragt es Königen und Fürsten an, Baronen und dem bescheidenen Hauf, dass keiner von hier breche auf, ohne mein Geschenk anzunehmen. Ich müsste mich von Herzen schämen, bliebe auch nur einer unbegabt, empfing er keine Gabe. Auch, was an Fahrenden ihr habt, sie allesamt beschenke ich, also nicht nur den Adel. Arthus, ich bitte gleichfalls, dich zu vermitteln, was ich schenke, dass ich die Herren nicht kränke, denn es geschieht aus Pflicht und Fug. Sie wissen, ich bin reich genug und gib mir Boten hinab zur Küste, dass man dort die Präsente rüste. Man gab das Versprechen, nicht eher aufzubrechen vom Lager, als nach vier Tagen. Dem Heiden war's lieb, so hör ich sagen. Arthus gab kluge Boten her, die er schicken wollte an das Meer. Feirefis aus dem Heidenland nahm Tinte und den Kiel zur Hand, die Unterschrift erkannte man. Es war ein Brief, der viel gewann. Die Boten ritten ohne Säumen fort. Parzival nahm noch einmal das Wort. En français kündete der Held, wie Treverizent zuvor erzählt, dass den Gral zu keinen Zeiten jemand kann erstreiten, man werde nur von Gott ernannt. Eine entscheidende Formulierung. Ich denke, ich muss ihn noch einmal mittelhochdeutsch lesen. Als Treverizent dort vorne jach. Dass den Gral zu keinen zieht, Niermen möchtest rieten, Wann der von Gotte ist dar benannt. Es kann ihn also niemand, wie Parzival lang genug geglaubt hatte, irrig geglaubt hatte, durch Gewalt erstreiten, abzürnen, Sondern er muss nominiert werden. Die Kunde ging von Land zu Land. Nicht durch Kampf sei er zu fassen. So mussten es alle lassen, die dem Grale noch nachgestrebt, um den bis heute Geheimnis webt. Davon er noch verborgen ist, sagt Wolfram. Und damit meint er ja auch, seine Gegenwart und seine Hörer, wir alle haben keine Chance, ihn zu erstreiten, ihn zu erkämpfen. Feirefies und Parzival, ihr Abschied brachte Herzensqual. Sie wollten's ungern vermeiden, in den vier Heeren vor ihrem Scheiden die Freunde noch einmal zu sehen. Dann sah man sie mit Freuden gehen, in ritterlicher Streites. Veier.